Also meine besten Freundinnen aus meiner Klasse, die sind eigentlich total begeistert davon, weil ich erzähle immer so euphorisch von den Sachen, die wir gemacht haben. Wir sind alle Jugendliche, da ist das ein bisschen anders, als die Erwachsenen sich wünschen. Man erlebt halt zusammen Sachen und Sachen, die man zusammen erlebt, die verbinden und festigen Freundschaft. Weil es einfach wundervoll ist, die Natur draußen, man ist weg von seinen Eltern, das ist ein gewisser Schritt in die Freiheit auch. Das ist Leben gemeinsam, dass sie sich aufeinander verlassen können und Menschen kennenlernen können, über alle möglichen Grenzen hinaus.